Was geht? Willkommen auf meinem Channel. Ich bin ein bisschen im Vollzug. Eigentlich sollte letzte Woche schon das Gewinnspiel veröffentlicht werden. Aber ja, ich hatte gewisse Probleme bzw. viel zu tun. Ich habe jetzt vier Teilnehmer von allen vier Social Media Kanälen ausgewählt und aufgeschrieben. Der erste von Instagram ist Bausau. Der zweite von YouTube. Also zweite ausgewählte Obis Zicke. Und dann haben wir bei Facebook Tintenfüllerseite Sharni Bär Hinz. Und bei der Facebookseite meine privaten Arzt Sascha und zwar die Nicole Einhorn. Einer von den vieren werde ich morgen auswählen per Losungsverfahren. Das heißt, ich werde so eine kleine Zettelchen jetzt fertig machen. Und dann ziehe ich mir die morgen live. Wo ich das ziehen werde, weiß ich nicht. Auf jeden Fall werde ich auf allen vielen Kanälen natürlich das bekannt geben, dass es einen Gewinner gibt. Und ja, ich würde sagen an dieser Stelle, ja, das war es zum Gewinnspiel. Warum ich das jetzt nicht natürlich auslose, liegt daran, weil ich für das ein bisschen die Spannung bleibe und dass die Leute ein bisschen aufgeregt jetzt sind. Ich hoffe, die kriegen es überhaupt heute mit, weil Fußball, WM und sowas, alles apropos WM. Ich zeige euch jetzt noch was. Wir haben gleich was Neues. Wir fangen gleich mit dem nächsten wieder an. Und zwar die Fußball-Challenge. Ja, die WM-Challenge. Das bedeutet, du kannst jetzt hier, ihr könnt ja auch schon die ganzen Figuren, ihr könnt jetzt gegen uns antreten. Und zwar wird ihr das jetzt gleich sehen in dem Video. Vorher haben wir erstmal noch ein Fußball-Porn. Bis denn, rota rein. Bis denn, rota rein. So, Freunde der Sonne, es ist eigentlich ganz einfach. Solange wie die WM läuft, solange könnt ihr auch an dieser Fußball-Challenge teilnehmen. Wie fangen wir an? Natürlich können es auch nur Kunden. Das heißt, Kunden von mir oder von Holger oder von Azubi, die können gegen uns antreten. Das heißt, ihr entscheidet euch für eine Farbe, schwarz oder weiß. Je nachdem, welche Farbe mehr gerade erscheint. Von oben gesehen. Also sprich, hier ist es jetzt schwarz. Ich werde kurz noch zeigen. Derjenige fängt an. Die schwarze Seite war oben. Bedeutet, der, der schwarz gewählt hat, fängt an. Jetzt die Jan vom Anstoßpunkt. Und dann spielt ihr beide gegeneinander. Natürlich nur mit jeweils einer Figur auf dem Spielfeld. Und einem Keeper. So, findet ihr euch natürlich, da wir jetzt schon ein paar haben. Übrigens, ich habe gerade einen Aufruf gestartet. Und zwar suchen wir diese Figuren hier. Wir würden ganz gerne noch mehr davon haben. Damit man noch mehr zur Auswahl hat. Und ja, Fußball ist unsere Leidenschaft. Und lieben wir. Und ich hätte ganz gerne Deutschland. Wir haben nur, das ist jetzt so die Topmannschaft. Welche Topmannschaft haben wir? Portugal. Ja, gestern gezogen übrigens. So, ihr könnt es einen auswählen. Und dann würdet ihr gegeneinander antreten. Sprich, Kunde gegen mich. Oder Kunde gegen Holger. Oder Kunde gegen Pinsel. Ja, und dann können wir loslegen. Ein Satz ist ein Zehner. Bedeutet, entweder, also wenn du gewinnst, musst du ein Zehner weniger zahlen. Wenn du verlierst, musst du ein Zehner mehr zahlen. Ganz einfach. Fällig aus Ende. Wir sehen uns. Ich freue mich schon drauf. Ich habe richtig Bock. Kommt alle vorbei. Beziehungsweise die Termine, die einfach schon jetzt im Buch eingetragen sind, die sollen dann einfach nur kommen, damit wir gehen in der Zirkung können. Und ich hoffe, es machen ein paar mit. Das wäre echt geil. Ich habe richtig Bock. So, bis deine Antenne. Das war's. Haut da rein. Wir sehen uns. Und achso, nicht vergessen, morgen werde ich denn, ich werde es sowieso auf jedem Social Media Kanal zeigen, wer gewonnen hat. Morgen ist die Auslösung. Haut rein. Peace.